Wäre sie eine geeignete neue SPD-Chefin? Bundesfamilienministerin Giffey? Vielleicht sogar im Team mit ihm, dem Generalsekretär Lars Klingbeil? Eine Antwort gab es darauf noch nicht. Aber eine klare Profilbeschreibung. Wen will die SPD? Die Personen müssen sammeln können. D.h. sie sollten zuhören können. Und sie müssen am Ende auch Orientierung geben. Wenn es ein Team wäre, müssen sie auch insgesamt teamfähig sein. Weil es gibt auch noch einen Vorstand und andere, die auch einbezogen sein wollen. Und am Ende braucht man auch ein Stück Härte. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das mit der Härte gilt vermutlich auch für das Verfahren. Denn das zieht sich. Ab dem 1. Juli läuft die Bewerbungsphase. Ab dem 1. September stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf Regionalkonferenzen vor. Mitte Oktober beginnt der Mitgliederentscheid. Anfang Dezember müssen die Gewinnerkandidaten dann vom Parteitag endgültig gewählt werden. Theoretisch könnte auch eine Einzelperson kandidieren. Die Parteiführung favorisiert aber eine Teamlösung. Wir wissen, dass das kein Allheilmittel gegen schlechte Umfragewerte ist. Aber die SPD braucht Kraft. Sie braucht sehr viel Kraft. Und dazu muss es eben auch möglich sein, dass sich zwei die große Aufgabe teilen. So oder so, es wird wohl ein heißer Sommer für die SPD. Und ich frage nach bei Hilde Mattheis von der SPD-Bundestagsfraktion. Willkommen bei Tagesschau24. Guten Tag. Frau Mattheis, Ihr Parteikollege Klingenbeil sagt, selbstverständlich sei für ihn, dass eine Frau zur Doppelspitze gehöre. Wie sehen Sie das? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das muss man gar nicht aussprechen. Sondern das ist so selbstverständlich, dass jede Diskussion darum abwegig ist. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass sich eine Doppelspitze selbst lehnt? Läuft ja nicht immer so gut wie bei den Grünen. Bei den Grünen lief es ja auch schon mal nicht so gut. Mit einer Doppelspitze. Ich glaube, es kommt da wirklich auf Personen an. Und vor allen Dingen auf Personen, die Inhalte vertreten. Und ich glaube, an dem Punkt muss man ansetzen, welche Inhalte werden von welchen Personen vertreten. Was musst du eine Doppelspitze noch mitbringen? Ein großes Verständnis und eine große Toleranz gegenseitig. Kein großes Konkurrenzverhalten, sondern einfach auch den Willen, dass diese Partei quasi aus diesem Tief herauskommen muss. Und zwar an der Führung, genauso wie an der Basis. Und dieses Verständnis müssen Leute mitbringen, die womöglich nicht in alten Strukturen feststecken, sondern einfach auch mal die Fenster und Türen aufmachen und überlegen, wie kann man eine Partei noch besser führen, basisorientierter führen und vor allen Dingen auch mit Inhalten führen, die sowas wie ein gemeinsames Verständnis haben und haben. Das, glaube ich, ist eine gute Grundlage dafür. Nicht in alten Strukturen feststecken, sagen Sie. Heißt das, Sie können sich auch ganz neue Gesichter vorstellen? Ach, ich glaube, diese Partei ist so reich, auch an erfahrenen und auch jungen dynamischen Leuten, dass man auch da hingucken muss, ob es nicht möglich ist, diese Erfahrung auch der Basis mit einzubeziehen. Das muss nicht direkt im Vorsitz sein, das muss in den, kann im Vorstand sein, müsste meines Erachtens im Vorstand sein. Wir als Forum Demokratische Linke werden uns damit genauestens am Wochenende jetzt auseinandersetzen, welche Herausforderungen da erfüllt werden sollten. Und ich glaube aber, dass uns allen klar ist, dass wir nicht mit altbewährten Antworten versuchen, ein anderes Ergebnis zu erzielen, sondern diese Antworten, die wir bisher gegeben haben, waren nicht bewährt, sondern haben uns in eine Sackgasse geführt. Von daher glaube ich und bin sicher, dass es uns auch um Antworten gehen muss, die so ein bisschen uns auch als Querdenker zeigen. Und da, glaube ich, hat dieses Führungstrio, das ja jetzt kommissarisch die Leitung übernommen hat, eine ganz gute Grundlage gelegt. Werden Sie denn darüber nachdenken, Ihren Hut in den Ring zu werfen? Oder können Sie schon jetzt sagen, nein, auf keinen Fall? Ich habe schon gesagt, wir werden uns am Wochenende treffen als Forum Demokratische Linke. Und ich finde, es darf jetzt nicht nichts gedacht werden, beziehungsweise alles muss als Denkansatz möglich sein. Denn die Situation der Partei ist so schwierig, dass man nicht in alte Muster verfallen darf, sondern diese Muster haben uns ja dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Und diese Muster muss man hinterfragen und darf man nicht wieder anwenden. Das war schon mal kein Nein. Nein. Der Prozess soll, wenn ich es richtig verstanden habe ... Ja, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Also, da wird ja jetzt bei jedem versucht, herauszukitzeln, ja oder nein. Ich finde, es ist eine Gesamtverantwortung, die wir alle für die Partei haben. Und da muss man nach der besten Lösung suchen. Und zwar so suchen, dass nichts unmöglich ist. Lassen Sie uns über die Muster sprechen. Der Prozess soll, wenn ich es richtig verstanden habe, die parteiinterne Demokratie auch stärken. Glauben Sie, die SPD wird sich von dem Eindruck der Kultur der internen Kungelei, der vor den Rücktritten von Andrea Nahles ja entstanden ist, ein für alle Mal befreien können? Das wird nicht auch von heute auf morgen passieren, von solchen alten Mustern abzulassen und sich neu zu sortieren. Aber man muss es tun. Ich glaube nämlich, dass wir dieses Jahr wirklich die letzte Möglichkeit haben, diese Partei wieder aufzurichten. Und das sind wir den Mitgliedern schuldig, dass wir alle da unsere Kraft reinsetzen. Und Klüngeleien gibt es in jeder Partei. Aber wir fordern mehr Demokratie, mehr Basisdemokratie und vor allen Dingen auch mehr Transparenz. Und ob jetzt ein Proporz nach Ländern oder wie auch immer geartet uns weiterbringt, glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass es jetzt darum geht, wirklich auch die Leute zu unterstützen, die für die Sache, für die Partei sich auf jeden Fall die nächsten Jahre einbringen wollen. Und dieser Prozess wird sicherlich nicht am Ende des Jahres erledigt sein und auch nicht erledigt sein mit einer Wahl einer Führungsspitze, einer Doppelspitze, sondern das wird noch etliche Zeit dauern. Und vor allen Dingen, glaube ich, dass es uns gelingen muss, uns inhaltlich so aufzustellen, dass wir als Sozialdemokratie wieder wahrnehmbar sind. Das heißt, es geht auch um die Frage, wofür steht die SPD im Jahr 2019? Das ist die zentrale Frage. Und da glaube ich, muss es sehr konkret darum gehen, was wir kurzfristig, aber auch was wir perspektivisch für die nächsten 20, 30 Jahre vorhaben. Und ich glaube, dass uns es gelingen muss, diese inhaltliche Klärung herbeizuführen. Und das ist ja auch der Punkt gewesen, wo wir lange Jahre, wenn man zurückschaut, daran gekrankt haben, dass diese inhaltliche Klärung nicht bei den Leuten angekommen ist. Und diese inhaltliche Klärung ist das Fundament für die Leute, die dann die Führung übernehmen. Frau Mattheis, Sie sind GroKo-Kritikerin von Anfang an gewesen. Und die Krise der SPD, die scheint Ihnen ja recht zu geben. Im Dezember soll auch eine GroKo-Bilanz gezogen werden. Wird das gleichzeitig das Ende der jetzigen Regierung sein? Also, im Nachhinein recht zu bekommen, tut nicht immer gut. Weil es geht ja wirklich um die Existenz dieser Partei. Aber ich finde, wenn man jetzt bilanziert, muss man einfach die Argumente der GroKo-Gegner von vor anderthalb Jahren mit in die Waagschale werfen. Und diese Argumente sind Argumente, die sich bestätigt haben. Und ausgehend von diesem Punkt, dass sich zwei politische Lager, die eigentlich Alternativen aufzeigen sollten, sich nicht auf Dauer verbünden dürfen und dabei keiner dieser politischen Lager einen Gewinn hat, das ist der zentrale Punkt, der uns ja jetzt wie ein Spiegel vorgehalten wird. Und da, glaube ich schon, muss man Konsequenzen ziehen. Ob das jetzt die Partei als Ganzes auch so sieht, wird man sehen. Aber dieser Punkt wird sicherlich auch mit Personen verbunden werden. Sagt Hilde Mattheis von der SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mattheis. Sehr gerne. Vielen Dank.